natürlich packet los könnt ihr euch könnt ihr euch noch an sky town erinnern ja ja kann ich einfach runter da wenn ich jetzt tatsächlich jetzt öfter mal den apex als dass wir gerade schreckt wenn ich öfter mal den apex bringen könnte ich ja theoretisch sogar über win challenges nachdenken dann haben wir schon mal baron und apex da fehlen wir noch so zwei drei games und dann kann man mit der ersten winchallenge starten was haltet ihr davon ja es geht vom tag auf die jetzt so let's do it challenges und davon verbringe ich dann einfach fünf stunden lang betaten ein spaß also so ist auch nicht ja wahrscheinlich der stärkste ja ich weiß ja ja call of duty ist für uns ich will einfach rein ich will drei vier fünf sechs kills machen okay ist die waffe kacke da spielt die spitfire noch irgendjemand ist das eine beschissene waffe die spitfire kann ich da nehme ich lieber eine erden dp 20 20 körper alle elect immer so übertrieben also ich sehe das zumindest jetzt bei euch das ist einer bei mir bin auf dem weg der haut ab alter das weg das weg der kann schild mehr ja was wird achim wie sowas war sein muss muss aufpassen was ich hier sage ach ja ist besinne bei welchen ja trefft mich nicht bin zu krass du hast die deluxe version von hogwarts legacy geholt alles jetzt bekommst du dir nicht veröffentlicht also du kommst du dich rein das game oder was alles was am lenken dass unspielbar bruder das unspiel war es ganz klein erzählt ja 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 Roger! Wo ist er denn? Genau vor dir! Ist er trocken? Alter, ich hab 5 vor dir. Von der rechten Seite. Ich hab keine gerade einer mehr. Ist das immer noch laggy, Alter. Schön gemacht. Ist das laggy, Alter. Holy shit. Der Server ist aber kaputter als der vorherige. Aber das ist ja auch mega uncool, wenn ich mal lag. Ach komm, hinter uns. Ja, aber... Du hast ja Vodafone, du hast ja das Problem nicht. Okay, ich bin da. War der alleine, oder? Der da hinten war alleine. Liegt das da am Provider, oder was? Wir sind, wir sind ein bisschen im Sandwich. Ja, genau. Ja, das liegt am Provider, ja. Ja, es kann wirklich vorkommen, wenn du Telekom-Kondo bist, das ist ne mehr oder weniger... Aua! Der ist da hinten weg. Der ist reingehauen. Ja. Woll. Am besten... Hier so hin, irgendwie, ne? Ja. Wir können eigentlich noch hier reinlaufen und hier durch. Ja, bin da. Ja, ich bin grad noch ein bisschen am... Der hat auf dich geschossen, ne? Der müsste auch irgendwo sein, ne? Ja. 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 Oh, oh. So low. Der ist genug, oder? Der ist genug, oder? Der ist genug, oder? Der ist genug, du? Der ist genug, easy. Er lässt nach vorne rufen und hat's nichts ins Set ran. Ja. Oh, ich sehe gerade, ich bräuchte auch Heavy-Armour. Der ist down, ja. Bin ich? Doch, nee, du schaffst das nicht. Ich brauche Hilfe. Ja. Danke. Da links. Die haben ich nicht gesehen, glaube ich. Ja, hier bei uns, hier bei uns auf jeden Fall. Das sieht doch nicht am Provider. Ich muss mich reloaden. Ich habe zwei genockt. Ja, sehr schön. Ineinkommen wir. Sehr gut. Da oben noch, da oben noch. Weggestunten, weggestunten. Keine Muni, beide Waffen nicht mehr. Oh, das gibt es nicht. Wir sind beide fast tot. Ich gehe mal ins Gebäude rein. Das ist ein größtes Fahrzeug. Ja. Wir können der Zeit, wir holen. Ich komme, hol dich. Ich glaube, ich phoenix-kit treibe. Hier sind noch Schilder draußen, glaube ich. Ich glaube, phoenix-kit, alles gut. Ich habe drei phoenix-kits, also... Ja. Aber wir sind gut von der Pussy. Ja. Die werden uns gleich pushen. Müssen sie. Sie sind noch zwei Squads dabei. Ich habe die Syringes. Ich habe keinen mit meiner Ulti getroffen. Ich brauche gar nicht meine Ulti. Ich brauche gar nicht meine Ulti. Ich brauche gar nicht meine Ulti. Lass mal nach links laufen, oder, Jungs? Einfach mal rein da. Ich habe kurz Shippet dran. Left, low. Quick, back. Fight, ready. Ist das richtig quick? Die war auf dem Pussy zu sehr. Boah, die stehen halt richtig gut, ne? Links, Damage. Die sind weg. Es ist nicht weit noch zwei Squads. Aua, aua, aua. Naja, ich würde sagen, wir versuchen... Okay, wir versuchen, mal zu kommentieren. Ich hätte es uns gesagt, lass uns... Ist das weit streamen gerade? Ich rubberbande. Ich rubberbande. Rubberbanding ist totes. Leute, ich kann mich grad nicht schilden. Ehrlich? Ja. Leute. Jetzt geht's wieder. Ich kann nicht mal Waffen wechseln. Ich kann nichts machen. Nicht mal Waffen wechseln. Was ist los bei euch? Oh ja, okay. Jetzt geht's bei mir auch los. Oh ja, die pushen uns aber. Ich weiß nicht, was ist los. Okay, ich kann hier nicht schilden. Ich habe es nicht geschildert. Was denn Scheiße? Da oben. Aja ja ja ja. Hey, Weida. Wird doch deppert. Ja, wir müssen den High Ground irgendwie versuchen zu sauben. Ja, ich hab nur eine Wall, die kann ich setzen. Also wie viele Zeichen will ich denn rechts oben noch haben? Meiner ist doch close bei mir, oder? Ganz close. Ja, der hat eine krasse Posi, die... Ich würde sagen, wir warten kurz die Zone. Dann ist einer. Hit. Armor Break. Geht, geht, geht. Alter, Alter. Okay. Okay, kann Action wieder spielen? Ja. Ich hab... Reveal in drei. Da? Ja. Der ist fast tot, der ist fast tot. Er ist gedroppt. Für mich? Ey, er ist auf die Toilette weg. Vor links. Hallo? Ich muss schilden. Ich brauche kurz Zeit, Jungs, ich brauche kurz Zeit. Ja, ja. Macht's gut. Das geht zurück. Boah, ich hab nichts mehr geschilden vielleicht. Warum? Wenn du denkst, kommst du zurück. Kommst du hoch? Wie ist das denn abgebremst? gg einer auf geht noch nie einfacher gewesen ins gesicht aber ich muss tatsächlich sagen an den ich kann mir den operator noch nicht merken aber die die ich vorher hatte mit der sniper da kommt nichts ran die ist für mich immer noch am stärksten